Guten Tag, ich habe jetzt hier mal Einstellungen gesehen, Kameraeinstellungen, das ist quasi erlauben, war schon erlaubt, Facebook.com, gehen wir auf Änderungen speichern, war auch schon, das ist das, ok, machen wir jetzt einfach mal hier, haben wir jetzt gesehen, oben die Kamera, warum ist hier kein Bild, die Kamera ist oben jetzt abgedeckt, jetzt nicht mehr, ich bin kein, haha, aber ja, gehen wir mal auf Starten, auf Live, hier können wir sehen, was hier geht, oder ob hier nichts tut, sind wir jetzt live, oder, wer kann etwas erkennen, ah, ein Live Video wird gestartet, warten wir also, wir waren hier dabei, aber ja, doch nicht von dem Verantwortlichen Hackern, also wir sind live, hier ist Licht, ich mache kurz nochmal Feuer, erkennt man kein blaues nix, oder, in dem Bild, haha, zumindest nicht auf dem Laptop, Kamerasteuerung, hey, ist doch meine, HP True Vision, und so weiter, Bildschirm teilen, wo geht denn das, wird gestartet, ist also noch nicht gestartet, dann warten wir noch, liegt doch nicht an O2, oder, oder O2, könnt ihr für dieses Datum und Uhrzeit erkennen, auch direkt nicht, damit ich hier, online gehen wollte, oder, 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 wird gestartet, bedeutet noch nicht, ist gestartet, oder, habe ich ein bisschen was geschrieben, Kopiere ich mal derweil, bevor diese Texte, ich meine, das nicht geht, und so, war nicht tot, hey, noch gesiedelt, wird jetzt gedauert, oder, bis es auf geht, aber ja, wird auch gedauert, das tippen, haha, da waren wir doch schon längst, aber ja, schauen wir jetzt mittlerweile immer noch nichts, aber wir sehen da, live, hat Facebook hier eine Antwort, oder auch die anderen Leute, die wo Facebook ebenfalls nützen, oder auch, ja, Live-Videos machen, wollen, hier steht immer noch, wird gestartet, ich habe, wie gesagt, Rotorvertrag, 500 Mbitz, und ist schon, wie weit verwunderlich, damit hier ist, kein Lüchter, oder, kann man mal beenden, oder nicht, das ist ja, Tubermiss tot, Tubermiss tot, ja, also, Achtung Leute, das hätten jetzt Leute nicht gehört, die hier im Raum sind, über die Videokamera, und Audio, und so weiter, Handy, ist es auch, wenn Live-Video ist, oder, legt es an der Hacker-Schaltung, hm, oder, oder, also, das ist auch, was von Google-Board-Signal hat, Beispiel, aber, ja, Tubermiss tot, also, jetzt haben wir jetzt auf jeden Fall kopiert, ein Text, Tubermiss tot, ein Stück haben wir gesehen, ein Stück haben wir gesehen, so, ich bin quasi so mit was, haben wir gesehen, so, so, auf jeden Fall was, das, ich habe es gar nicht gesehen, ich habe jetzt nur den Monitor gesehen, und nicht in die Handy-Kamera, ich helde auch, oh ja, Datenschutz und Sicherheit, Standard, es liegt zusätzlich in meiner Hand, was hier gemacht wird, das ist alles remote, aber war's, Video wird gestartet, hat jetzt Facebook hier eine Antwort, wer das folgt, und ihr Mitarbeiter von Facebook, ja, da gibt es ja jemanden auf Facebook, im Talkhall, in, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, glaube ich auch mal, Niklas, oder ja, wie lange sind es Stiefen, na du Magen, du Magen, der der, der bei Facebook gearbeitet hat, ja, das ist ein deutscher Haar, der kann wenigstens antworten, aber ja, ist das hier irgendwie, erklärlich für einen ehemaligen Facebook-Mitarbeiter, ich meine, ist hier eindeutig ein Haar erkennbar, was die sekte video start Change from Preview to Preview Live vor 4 Minuten Ich glaube längst ist X geklickt, aber Streamsoftware kann ich gar nicht installieren Aber ja, könnt ihr verstehen, jetzt den Untertitel Turett Prinzip Hinten am Tablet, äh am Tisch ist ein Tablet Joa, wieso ist da ein Blaustich von Handy aus erkennbar? Das ist richtig schwar Das ist auch dunkler Tag Mit 0 Uhr, 30 Uhr ist das Video gestartet Und mit der Sicht Was Das, was nicht geht Schon, oder? Gehen wir mal auf, neu starten An den Text kopiert Auf der Seite bleiben Gehen wir mal auf, neu laden Und ja, Facebook, was sagt Wir haben die Seite flossen, oder? Wir haben das ja kopiert Da war wieder Dumbam ist tot dabei, Polizei Jetzt wieder O2, ein Meisterwerk Jetzt waren wir nochmal bei Edge Dumbam ist tot Da war was, hier Wenn man es auf Play macht Dann sehen wir, was Machen wir den Ton an Höhe Tut man nicht tot, sieht man das? Ton ist an, oder? Hä, hä, ist auch Reaktion, wie lang? Ohne Scherze, ich habe es jetzt vorhin gerade angefacht Warte mal ein wenig, wie oft es jetzt noch mal zackt. Wie kann das geschehen? Ist das aktuell jetzt, oder kommt jetzt das aktuelle? Ich meine, was? Hey Prinzessin! Hey! Sechs Leute filmen nicht, wie ich mit der Polizistin diskutiere, aber niemand fängt diesen Reizen im Moment an. Also, du musst April sein. Äh, ja. April, dein Ton? Ich hole mal einen Stuhl. Oh, ja. Entschuldige, dass es so lange gedauert hat. Ich komme einfach nicht an den... Ich weiß nicht, ob das jetzt was ist. Naja, ich meine, Dollar für so viele Magazine. Ja? Dann war mich tot. Kann man das sehen? Kein Problem! Wem sagt das jetzt was? Also auf Firefox ist das nicht so. Dann war mich tot. Aber hey, kann man sehen, wie lange es jetzt gebraucht hat. Hey, abgeschüßt. Ist das eine normale Meldung, oder? Das war das mit Facebook. Schauen wir noch einmal. Ey, 08.15 haben wir jetzt verpasst. Facebook-Libestream wird das ja auch Video heißen. Und dann ist das toll. Und dann ist das toll. So. Du warst toll. Und dann... Medienquelle auswählen. Medienquelle auswählen. Bildschirm teilen. Welche Sücht? Die Sücht ist gar nicht so. Erneut versuchen. Zugriff auf Kamera. Nicht gefunden. Können wir ja nochmal zu den Einstellungen gehen, oder? Ja, die Kameraeinstellung ist doch erlaubt. Oder? Was hat da unten noch gestanden? Anfragen für den Zugriff. Blockieren. Ha, ha. Ja, das haben die Viecher wohl gemacht, oder? Das war jetzt zwei Mikrofone, aber ja. Virtuelle Realität. Schauen wir nochmal hin. Warten auf Kamera. Die meine Mulde da oben. Können wir kurz da zeigen. Dieses Ding ist nicht ganz drauf. Wir können quasi hier noch sehen, damit hier etwas erkennbar ist. Weil hier ist dieses Ding. Und weiter erkennbar ist. Ja, jetzt sind wir dann gleich bei 10 Minuten und 10 Sekunden. Dann wird das reichen, oder? Oh Mann, ich möchte immer noch... Live-Video wird gestartet. Wenn ihr das wahrnimmt, also... Höhöhöh... Ist ja Windows 10. Das sage ich immer wieder Windows 11. Und das hat ein ITler oder so. Auf YouTube mal gesagt, drückt mal die rechte Maustaste unten bei der Taskleiste, bei dem Zeichen. Und wenn ihr schaut bei euch, ob das genauso ausschaut, was sagt ihr dann hierzu? Bitte gerne kommentieren. Ja, kommt jetzt mal auf YouTube drauf und dann auch auf Facebook. Schreibe ich mal dem Facebook-Support auch, oder? Somit so lang. Wenn ihr Deutsche seid von Facebook und arbeiten oder das Video gesehen habt, bitte antworten. Und ja, wer das folgt? Wenn ihr kommentiert, ich antworte aus und ich senkte halt alles zurück. Aber ja, Aufnahme jetzt beendet. Und wie gesagt, das Dummbarm ist tot. Und das Grinsen habt ihr jetzt gar nicht gesehen. Die ganze Zeit und jetzt... Hey, habt ihr jetzt auch mal das Dummbarm dumm bekommen? Dummbarm ist tot. Ihr merkt auch die verschiedenen Stimmen, oder? Dummbarm ist tot. Ja, das war sogar mit Absicht zweimal der gleiche Hunde, sondern... Dummbarm ist tot, ja. Jetzt ist es Tag und Nacht. Aber Leute, hier hören das gar nicht. Dummbarm ist tot. Dummbarm ist tot. Ja, nur auf Videos. Oder wäre das... Äh... Ich meine, es ist hier eine Einrichtung, wo ich bin. Und die kommt in die Medien. Und das will bald nicht über Live-Videos. Aber ja... Und ja, hinten am Tablet. Was ist da? Da kann Facebook nicht mal wissen, jetzt. Warum? Keine Rechte. Dummbarm, das ist ein neues Tablet. Dummbarm. Die Aufnahme ist beendet. Und ja, bitte gerne kommentieren. Oder auch PK und Polizei weiterleiten. Ist ja eine Sektbär. Die ja gegen Wiener alles ist. Ja, Polizei. Keine Anfragen. Stellen könnt ihr aber schriftlich. Aber da kommt die E-Mail gar nicht an. Und ja, der Kino 5 Self, das funktioniert. Ist kein Scheiß. Ich war schon öfters tot. Und das ist nicht nur, wenn die vier immer die Spritzen reinhaben. Dummbarm ist tot. Da sieht man die Einstieg. Von der Handyaufnahme ist vielleicht dumm. Ah, hier. Der zum Beispiel ist es, der. Ja. Hier sind auch drei nochmal. Dummbarm ist tot. Ja, Polizei. Da gibt es noch andere Videos auf YouTube. Da gibt es noch weitere Einstieg. Deswegen selbst sind diese Idioten. Und selbst die Undeutlichkeit hier. Dummbarm ist tot. Hey. Selbst die Undeutlichkeit hier. War jetzt wie? Musste ich wiederholen. Mal als Test. Mal als Test. Dummbarm ist tot. Ja, die können auch Gedanken lesen. Diese Bastards dumm. Somit wissen die, wenn ich etwas wiederhole. Dummbarm ist tot. Ob sich das dann gleich anhört. Dummbarm ist tot. Ja. Dummbarm ist tot. Das ist vollkommen Polizei. Das waren die nicht da. Selbst wenn ich rede. Dummbarm ist tot. Ey. Weihnacht red. War ja was. Glaubt sie? Die haben vorher Pause gemacht. Und die warten. Muss ich aufhören mit dem reden. Oder ja. Somit. Das sind die Hacker. Das sind die gewaltige Sekte. Da. Die Bühne des Menschen ist antwortbar. Ey. Wieso hat der jetzt mit dumm geantwortet? Auf was? Was sagte wer? Ja. Aber ja. Dankeschön. 13. Minute. Video beendet. Danke. Danke.